Heute ist... Schönen guten Tag! Ich fahre jetzt nach Aurich ins Aurum, so heißt der Club dort und da spiele ich einen Livestream mit Beauty and the Beats and SK83 zu rändlerfreundlichen Uhrzeiten, nämlich ich starte um 14.30 Uhr. Ich habe mir wieder einen Mietwagen genommen, das Essen liegt in Reichweite und wir sehen uns gleich in Aurich. Das ist der Sebastian, der sagt uns jetzt mal was uns heute erwartet. Eine ganze Menge schleckeres Bier. Rolt leckere Frauen! Also die habe ich noch nicht gesehen, die werden sicher gleich noch kommen. Oh, ihr seid fies! Ihr Schweine! Spaß! Musik, um Musik geht es auch, aber das ist nebensäglich. So, mein Set ist jetzt hier beendet. War ganz cool. Ist natürlich komisch in einem leeren Club zu spielen, aber wir hören gerade den Kollegen Beauty and the Beats da drinnen abreißen und das schaue ich mir jetzt direkt nochmal an. Hallo, guten Tag! Hallo! Kannst du mit dem Wasser so eine kleine Fantäne machen? Ich habe Ginger hier. Hier lege ich alles zusammen. Cool. Wie geht's dir? Alles cool, Alter. Wenn du hier drehst, dann ist das immer so ein Zoom. Ist so ein nice to have. Aber wenn du jetzt einen neuen Track laden willst, dann musst du immer erst wieder hier drücken. Musik 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 Das sind hier die Herrschaften von der Regie. Hallo! Was ist das Nervigste an DJs? An DJs? Äh... Machen wir mal zu laut und zu lange. Machen wir mal zu laut und zu lange. Die erschrecken sich nicht, wenn ich Konfetti schieße. Und dann machst du das vielleicht nicht gut genug. Das kann natürlich auch sein. Gut, dass du kein Konfetti schießt. Ja, stimmt! Musik 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 Musik